hallo hallo willkommen zu einem kleinen ausflug ins grüne mit unseren schlägern und bällchen ich wollte nicht unterbrechen und ihm nicht unterbrechen wollen im shadow hallo du musst noch breit klicken ja breit und ganz breit ja ich kenne da nix ich unterbreche auch ja und mal schauen was uns hier erwartet wir spielen ja ich fange schon wieder hervorragend auch gott fange ich schon wieder wie ich habe sie großartig angefangen ich habe zu sehen hier angefangen ist meine kugel auch schon drin weil mein ball das war so unnötig ich werde mit noch zwei schläge brauchen die selbsterfüllenden prophezeiung die kennen wir ja schon und du lügst aber fast ja aber fast was ist denn das für eine aussage das richtige loch unter die führen alle runter ja aber ich glaube ein paar führen direkt zum ziel eines so zugerannt vielleicht geht das gar nicht doch gut oder wann da hat der becken sich angeschaut wo ich hingespielt habe der kleine schlabiner ich habe geguckt wo das rohr rauskommt ich weiß nur wo es reinkommt ich bin schon der bahn ich habe gedacht wir machen gleich gruselig weiter machen wir das von uns das ist doch eigentlich die kugel kaputt machen nein das ist ja ist ja keine luft füllung das ist ja massives hartgummi hartplastik woraus immer auch golf spiel das ist gerade noch so gut das war ich eben auch mal da muss ja keine sorgen wegen machen du brauchst noch ein schlag ja ich glaube auch hätte natürlich auch warten können bis irgendwann durch die verschiebung der tektonischen platten und so ich war genauso gut wie shadow ich habe richtig scheiße geschlagen mein erster schlag war so knapp das wäre fast ein shadow geworden finde ich gut dass du selbst benutzt einsicht ist ja bei mir kein schritt zur wässerung ich überlege gerade das müsste klappen ja das klappt ja jeder so kommt eigentlich auch selber raus ich war mal wieder zu schwach und jetzt aber war trotzdem gut ich meine ich muss jetzt eigentlich wieder sagen ich brauche jetzt werde ich da jetzt schwach damit ich reinkomme das war zu stark aber nur ein bisschen war offensichtlich was ich gesagt habe ja grund warum man nicht mehr als 34 bahn am stück spielen würde mit diesem spiel es geht an die nerven ich finde es gut als schade damit werben dass die freundschaften kaputt machen oder habe ich auch ein paar ganz gute dahinter ist aber auch schön ja ich gucke mir das auch mal an ja du kannst noch mal zeigen was eben gemacht hat es vielleicht was ist mit ihr los das ist ein ball nicht ein kopf oder hast du das bei dem löffel raus zu steckte dafür auch fest das hat nicht so geklappt wie ich gehofft hatte das position aber schweren ja natürlich erst mal ein bisschen jammer das war so klar dass diese runde wahrscheinlich daneben geht das spiel das macht ihr mal richtig spaß das weiter war pech das war das war bitter wir haben übrigens auf auf beckons anregung das autoscore board mal angemacht ja ich finde es außerdem mega mega unfair ich hätte doch die bahn aussuchen sollen weil das war eigentlich die bahn die ich aussuchen wollte weil ich wusste ich muss gleich mal eben einmal kurz gucken vielleicht lade ich ja auch noch mal eben so schnell vor der nächsten wobei ich an der nächsten wobe sehen werde lade ich vielleicht noch mal eben eine weitere bahn runter aus dem einfachen grund ich bin mir nicht sicherlich wir schon in der aufschule machen ich hier irgendwie der rasen das weiß ich aber von deinen kasten maps hatten wir noch keine oder auch nee das weiß ich nicht ja ich hab's mir nur für meine gemerkt ja ich habe auch mal kasten hat doch so sagt auch mal halten sollte vorher lieben und das problem ist entweder weil wir diese vielleicht schon mal zusammen einfach so das verfahren gespielt haben oder wir haben einfach beide die gleiche kasten ausgesucht ist nämlich auch in meiner liste er bewegt sich irgendetwas händel deswegen habe ich jetzt nicht gerade gespielt weil ich mir dachte das pendel bewegte sich aber hin und her das wäre überall einmal da gewesen ja aber 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 guck wenn ich das gerade wenn ich gerade spiel wenn er da vorbeigegangen ist dann habe ich länger zeit bis er wieder dort ankommt alter also ich glaube das hat schon sinn gemacht ich hätte mit einem drin sein können ja werden alle mit einem drin sein können also ich hatte wirklich mit einem drin sein können das war auch ein typischer stelle ich habe auch nein ok 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 ich dachte da geht runter das war ein bisschen zu luschig scheiße nein das war dein loch weiter runter war nicht so wie ich das gemacht habe ich muss ja nur bis über die kante kommen ich glaube ich bin zu langsam oder weiter weiter wird nicht reingehen äh äh die doch sterben scheiß blöder rasen Der ist gar nicht so blöd Der hat auch Gefühle Das hoffe ich, deswegen beleidigt Beleidige ich ihn ja Was mit Gefühl machen Du bremst schon beim Unterrollen Weißt du, man redet ja auch mit Pflanzen Und auch mit dem Rasen, wenn du ganz nett bist Oh, lieber Rasen Lieber Rasen Du hast nur noch 1,7 Apropos Rasen Kennt einer von euch noch das Computerspiel Autobahnraser? Nee Ja, schade Du kennst das noch? Vom Namen, ja Ich glaube, das erste richtige Rennspiel, was ich gespielt habe Abgesehen von Testbyte, das uralte War glaube ich Bleifuß Das hat mich gerade vom Namen daran erinnert 1, 2, Renni, Fun Ein Bleifuß Ja, welcher Teil? 1 1 Nein, also 1 davon Achso Ich glaube, ich habe sie sogar so ziemlich Na gut, Rallye habe ich glaube ich nicht Irgendwann kam dann aber stattdessen Lead for Speed eher in Mode Ja Also ich weiß damals das erste und vor allem auch das zweite Bleifuß mit einer 3DFX Grafikkarte Das war schon echt Das war geil Oh, jetzt auf dem Rückweg, jetzt auf dem Rückweg Ich hasse dieses Spiel Aber du hast gerade eben von Shadow einen Anteilsschmerzen bekommen Also dieses Spiel trotzdem Nein, du liebst dieses Spiel Oder Shadow hatte eine Erektion Habe ich dafür eigentlich Geld ausgegeben? Nein Das magische in deinem Steam Ich weiß es nicht, ja vermutlich schon Verdammt Ist es zu spät, ich habe eine Idee Ich auch Oh Ja, so halbwegs Ich habe nochmal eine Idee Nein Nein Ich habe nochmal eine Idee Oh nein, nicht raus Warum raus? Wie hast du das denn geschafft? Das ist doch flach und so Ja, wenn ich da So geht das Wenn man auf dem Loch des Rand des Lochs Achso, ja So, wenn ich das mal machen soll Okay, nicht zu viel Schwung Dann kann man es auch mit einer Einschaffen Also ich jetzt nicht mehr Hm, du Nicht zu wenig Schwung Ja, was? Ich bin so gut Ich bin so gut Ihr seid alle lose Und ich bin so gut Ja, ich bin echt nicht so gut Schauen wir doch mal die Übersicht Ob der Pferd so gut ist Ja Er hat am meisten Punkte Mhm Ja Jetzt schön dem Dem Klauen In den Mund rein Oder dann Vorbei Da geht ja was runter Ja Der muss ja auch die essen Ich auch nicht Als ich mir den Kurs anguckt hatte Hatte ich das nicht gesehen Ich bin so gut Ich bin echt so gut Ihr seid alle lose Also fern Wenn du so weitermachst Dann Das ist doch dein letzter Ich vermute mal einfach Man muss wieder ins hintere Oh Ja Ich habe auch keinen Lerneffekt Was? Giffen Nee Haben wir nicht Geht doch Hier ist die Musik wieder entspannter Ja Und nicht so beruselig Trotzdem Habe ich mich ja jetzt schon bewegt Schon jetzt Wahrscheinlich wenn man zu fest macht Ja Genau Deswegen habe ich jetzt nämlich auch mir gedacht Mache ich lieber Mache ich lieber auf einmal auf einfach Ja Und ich habe es natürlich zu schwach gemacht Ich bin also noch unten Und jetzt zu fest Ich hasse dieses Spiel Ich hasse es Das war nicht im Schwung Oh Mein Herz Sitzt auf dem Sofa Nee Das sitzt hier in meiner Brust drin Erschlägt das Das setzt nur ab und zu aus Wenn wir Golfit spielen Ich bin so schlecht Wo bist du denn eigentlich auch da? Ja Schon ein Schlag hinter mir Er muss auch noch über zwei Hügel rüber Das war jetzt klar Dass der jetzt so kommt Kannst du mal was aufmuttert Das sagen Glaub ganz fest an dich Du kannst die 17 schaffen Nein du schaffst das Ich glaube ganz fest an dich Ja oder auch nicht Hey auf der Wand war ich schon mal Glaube ich Nee ich glaube das ist die nächste oder? Boah ich glaube wir haben gleich einen Positionswechsel Aber ich will doch oben sein Ja Dritter ist ja auch oben Wenn man umdreht die Tabelle Hier war ich aber schon mal Ja Ja Auch bei Oh man Das ist glaube ich sogar ein Bug Ich glaube wenn man in Golfit Wenn man in In die Löcher anderer Bahn trifft Dann fehlt es auch Dann wird man nicht zurückgesetzt Echt? Also ist es egal welches Loch man trifft Jedes Loch ist richtig? Ja man muss halt bloß ins Loch reinkommen Weil sonst wird man halt zurückgesetzt Wenn man auf einer falschen Bahn liegt Aber wenn man direkt ins Loch kommt Dann sei das gut Ja Cool Die ist da irgendwie komisch So halb abgeprallt gefühlt Ich auch am Rand Ja Bin ich wieder runtergerollt Aber eigentlich wäre ich nach unten gefallen Also wäre ich nach unten gerollt So ist noch Zwei Bahnen Noch ist alles möglich Ja Oh Hey Hey Hätte schlimmer sein können glaube ich Stopp 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 Nein Jetzt bin ich wieder unten Ja Du hast doch gerade gesagt Es hätte schlimmer sein können Du hast bewiesen Wie es schlimmer geht Nein Oh scheiße Zweiter Schlag Warum seid ihr noch nicht fertig Was ist da los? Na Dritter Schlag Ich bin so blöde Da habe ich gerade einen Shadow gemacht Nee 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 Ich finde das Gras total schick Ich wollte das gerne als Teppich haben Ich wollte das gerne als Teppich haben Er ist auch sicherlich total flauschig und so Ja Ich bin auch flauschig Ja Ja Nein Oh Gott Oh Gott Wann kommst du denn da wieder raus? Ich bin oben dagegen gedutscht Deswegen wie auch ein Gras Ja Und es ist mal wieder Man sieht die typische Golf Das war ja voll lang Ja Macht's gut Tschüss 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 Ich bin oben Ja Tschüss Ich bin oben Ich bin oben